Fachbegriffe in unter 120 Sekunden erklärt. Heute Wahrnehmung. Die Wahrnehmung des Menschen wird als die Fähigkeit beschrieben, Informationen über die Sinne aktiv aufzunehmen, diese zu verarbeiten und ihnen durch eine Einordnung und Interpretation Sinn zu geben. Die Wahrnehmung ist ein aktiver Prozess des Menschen und besteht, wie erwähnt, aus mehreren Einzelschritten und Phasen. Die Informationen und Reize aus der Umwelt werden über die Sinne des Menschen aufgenommen und in einem kognitiven Prozess eingeordnet und interpretiert. Zu den Sinnen gehört beispielsweise die auditive Wahrnehmung, also das Gehörte, die visuelle Wahrnehmung, also das Gesehene, die haptische Wahrnehmung, also das Gefühlte, die olfaktorische Wahrnehmung, also das Gerochene und so weiter. Die Wahrnehmung bezieht sich aber nicht nur ausschließlich auf einen Sinn. Die bisherigen Erfahrungen des Menschen sind maßgeblich für die Wahrnehmung. Durch die bisherigen Erfahrungen des Menschen entsteht beispielsweise eine Erwartungshaltung des Menschen, welcher Schwerpunkte setzt und die Wahrnehmung dadurch beeinflussen kann. Die Wahrnehmung des Menschen, vor allem die Einordnung und Interpretation, ist also hochindividuell und subjektiv. Es gibt Konzepte aus der Erkenntnistheorie, welche sogar sagen, dass der Mensch gar nicht in der Lage ist, die objektive Wirklichkeit wahrzunehmen. Die Wahrnehmung also immer subjektiv und individuell ist, es gar keine objektive Wirklichkeit gibt. Diese Ideen und Gedanken sind im Konstruktivismus verankert, die ausgeprägteste Form im sogenannten radikalen Konstruktivismus. Die Wahrnehmung und kognitive Stimulation des Menschen kann trainiert und verbessert werden, beispielsweise durch Konzentrationsübungen, Achtsamkeitsübungen und der Fähigkeit, möglichst objektiv und sachlich Dinge zu reflektieren und aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und zu durchdenken, um so ein möglichst objektives Bild der Wirklichkeit wahrzunehmen bzw. sich diesem Bild möglichst weit zu nähern.